hallo ihr lieben was gehabt seid ganz herzlich willkommen zu einem fortnight gameplay ich habe jetzt wirklich eine woche pause gemacht ich war am wochenende auch weg deswegen werde ich jetzt auch im nachhinein wieder ein bisschen mehr fortnight bringen ich will euch ja nicht verdursten lassen jetzt hier ein paar squads let's go 50 erst genau mit der spitzhacke ein bisschen stein hat er für mich ich habe gar nichts man es war nur einer oder das alles klar ich habe von oben ist da noch jemand ich habe noch eine pumpe zum abgeben ach ihr seid alle runter gesprungen da gehe ich zu den ruinen doch erstmal oder wer wollte eine pumpe und da laufen auch die maids in den ruinen die hole ich mir direkt er hat nicht mal eine waffe ja geronimo warte auch mit dem revolver leute mit dem revolver ganz ran zoom und boom 47 und nochmal er will zurückschießen dann hole ich jetzt die shotgun raus er hat aber auf jeden fall ganz kurz die squad leute kefft mein bruder kennt ihr nordi auch streamer schaut bei den vorbei wenn ich es nicht verraffe dann habe ich ganz gerne mal die links von denen in den beschreibungen und dann noch ein kollege nordsturm ich habe ein slushy für dich ich werde erstmal den loot bevor den wir anders kriegt die pumpe brauche ich nicht den slushy kann ich nehmen warte kann ich die pumpe nehmen hat jemand noch eine ar oder irgendetwas weil ich habe nichts ich habe auch keine ar oder zwei gekillt unten weil die waren auf jeden fall zu zweit die gelaufen sind nicht auf einen unten gekillt ich habe nur eingesehen bei gesehen dann musste wo war der andere hier bei der anderen ruine ich habe echt gar nichts gesehen das stimmt dann war das ein pixel fehler ja ja bei keff ich werde erstmal angst machen mit den grenades ich sehe auch noch wen im team sogar habe ich schön abgestoppt richtung solti aber ich gehe nicht drauf michael hat er eine ar oder hat noch eine einschusspumpe ja die sind oh mein gott ich habe in 360 wo ist der zweite ich habe die spielen heute nicht mehr ich habe das alles auf band das war krank ich brauche bitte rakettos ich habe nur die fünf die wie viel hast du ich habe zwei nur die fünf die in meinem granite launcher drin sind ich habe gar keine munition außer sniper muni kann pumpen droppen wenn du zu mir ins haus kommst dann erstmal ein bisschen holz holen hier schnell leute ich habe eine woppelkat fortnite gespielt ungefähr alles bewegt sich hier super schnell ich glaube es hat mir gut getan manchmal ist das so manchmal tun pausen gut ja ganz egal dass mit zwei kills gestealt worden sind aber ich bin ja ich weiß nicht das ist genau ab jetzt bitte alle kills zu mir wir haben kill rekord ja hör auf meine taktik zu zu basteln deine augen sind auch ganz verschwommen hier ist unser erstes spiel heute geht direkt los da liegt doch noch hey da liegt doch noch munition alles hinten ich bin gar nicht wirklich gelootet die wenn jemand schildert würdest du tatsächlich gerne snacken ein ekliger kleiner one shot so von wo kommen die leute die leute kommen auf jeden fall von osten weil die zone sich dazu zieht ich würde sogar fast ich würde sogar fast gerne so dahin gehen oder so noch das ist aber das einzige haus wenn das irgendwo tut du mal kurz eine falle bei hier rein lass mal Richtung nordosten gehen und die schwachen teams abstauben seit wann sind die fallen eigentlich so blau blau? wo? guck mal hier hoch blau hier hoch ach so die fallen sind doch grün oder was meinst du? ja aber wenn du die platzierst sind sie auf einmal so richtig hellblau ach so ja vielleicht damit man die besser erkennt vorher waren die so grau unscheinbar ok ich würde weiter laufen ja hat jemand jetzt noch einen trunk? ne leider nicht ich auch nicht jetzt habe ich einen willst du den haben? ja bitte oh ich dachte gerade da ist jemand oh guck mal hier ist ein automat hier sind noch kisten da was braucht man? holster wann macht er den? danke oh ein rocket launcher na rein alter raketenwerfer braucht den wer ich würde den raketenwerfer nehmen statt den granite launcher äh ich 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 ok dann behalte ich den will jemand den granite launcher haben? ah scheiß drauf ich nehme jetzt den raketenwerfer ich hatte auch einen grenades jetzt habe ich den Leute so dann liefst du noch einen granite launcher für jemanden und eine boogie da ist aber glaube ich keine muni drin hat jemand ein bisschen holz für mich? ich würde mir hier die waffen nämlich kaufen ich habe ehrlich gesagt auch zu wenig holz wie brauchst du denn? so ein bisschen was ne? ich kann dir die ar geben luke leute ich will killzahlen alter das hat so gut für mich gestartet wie brauchst du? nur ein bisschen nur ein bisschen danke gleich kommen die aus retail row ich sag jetzt das und dann du bist weggegangen ich habe mir alle meine mazge gegeben und du used die einfach nicht du hast die boot gereniert hier ja? ne ich habe 300 schon genutzt ok ich geh in die fabrik die wiesen stehen da im kaugummi automaten und versuchen das spielzeug rauszudrehen ich dachte gerade nordi hat jemand holz für mich ich gebe ihm all mein holz das ich abfarmt habe und der geht einfach weg ich werde gleich ich werde gleich bestimmt voll in den gegner reinlaufen oh hier ist ungelootet oh ein großer Schilddrang ach die zone macht schon zu aaaaaaah wo war der Schilddrang? er ist ein kleiner hat jemand von euch Snipermoni aber keine Snipermoni? nope fuck ich habe doch keinen großen gesehen du musst jetzt weg scheiß auf die kisten läuft vorne ist noch eine kiste bei dem von aber jetzt wie gesagt jetzt müssen wir gucken ob noch jemand aus retail hier zu uns läuft oder bei das hier depot könnte heute auch sein ja die snacken wir uns weg ja aber so viele schöne kisten ey wir waren zu langsam hier vorne 330 läuft ein team auf offener fläche hinter diesem baum seh es ist aber ganz schön weit direkt erstmal feuern ja äh hm hm wer hat das feuer eröffnet? ja wir müssen hin ne? jungs habe ich so viel gebaut für mich zu verflachsen alter warte mal wo ist die zone wir müssen zu denen von hinten werden gepusht close haben wir alle? einer noch? jetzt haben wir alle oh my gosh ich habe alle drei alter oh jungen alter mir wird den arsch basiert alter oh my gosh alter key record pass doch auf die anderen schießen noch ne? mit bogen und allem ich sniper den jetzt sowas von weg hab ihn getroffen niedergeschreckt ha 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 leute beste youtube runde let's go schein nicht getroffen bevor die ihn heilen alter ohne scheiß auch keine danke aber vorsicht hier rechts 345 nolli hinter dieser mauer ist einer sogar mehrere hoho hedi mit der skar wieder meiner die besten grenades sind das? bin ich ich dachte das sind noch Gegner die holen den einen jetzt wieder wir müssen die jetzt belagern leute let's go let's go er 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 ist tot einer oben ja grenades kommen die kommen gut ja die kommen sehr gut die kommen sehr gut er zieht zurück das ist der letzte oh hinter uns nur einer down ab ihn er ist instant ne ne der war nicht instant du hast ihn nur niedergeschreckt der hier ist instant hinter uns war noch ein team kev hinter uns war noch ein team die sind instant jetzt ich hab keine matze habt einen niedergeschreckt auf dem berg einen hab ich auch getroffen mit sniper aber ich hab keine munnen mehr scheiße halt da auf dem berg kannst du nicht schießen ja aber warte ich kann nicht runter oh ich kann nicht mehr springen leute kommen alle zu mir schnell kommen alle zu mir ich mach ein jumpit aber nicht auf dem berg wir müssen einfach weiter ok ich mach auch nicht so hoch ja in die zone in die zone zum fluss zum wasser büt gute geschichte komm wir auf den ja perfekt wir kommen ziemlich weit die werden gleich kommen ne aber die müssen ihre verwundeten erstmal hab auch ne 6 leider was denn hab ich auch ganz viele da hinten laufen die auf SO hab ihn niedergestreckt hab ihn niedergestreckt ich treffe einfach grad alles SO ja wir haben noch andere sauen oder ja aber ich will hier noch mehr snipern ah scheiße wir müssen auch laufen ja ja wir müssen noch ein stück ok dann lass erstmal in die zone hoffentlich krieg ich den kill das wäre sweet aber ich glaub was ne gute runde man gut aufs gott ja gar nicht rasiert ich hoffe wir werden jetzt nicht abgefangen von der zone der dinges nordsturm ist dabei weißt du das lass auf jeden fall hier auf den auf den hügel das hat keiner ne ich sehe keinen ich bin mir kurz nen turm irgendwer wird gleich noch kommen vorne ist ein jump head gebaut worden ich mach mal ok jetzt denkt dran die werden hier unten noch laufen noch hab ich nicht gesehen dass der schirm die niedergestreckt hat ich erschüsse aus aus dings ah wer hat mich hier zugebaut na ha die ich hab dich nicht zugebaut ich hab gebaut wo sind die hier die guys auch da da unten hier sie ich geh den pushen hin ein der sweet also sein mate liegt sein mate ist geschoben der ist alleine 195 let's go der wird glaub ich unten äh sicherlich sein mein loot mein loot bitte mein kill Leute was ich kriege staub ich ab das sind Freunde wo ist er wo ist er wo ist er ah hier unten ist der loot der ist auch gestorben schade oh Mist wo müssen wir jetzt hin eigentlich ist diese Position schon gar nicht so schlecht ne ich hab viel zu wenig mats für das late game ich hab auch viel zu wenig mats ich kann auch nicht droppen ich kann auch nicht droppen nicht für zwei kann auch was droppen ja ein bisschen was kann ich auch droppen ich nehm hier kurz drei bäume ich hab noch ein slot frei oh oh Merci das kommt geil ich könnte ne sniper vertragen der Berg äh ist wichtig top eigentlich hat jemand Rockets ich brauch Rockets für meine Kinder ich hab 14 äh die hab ich beim Granite Launcher aber ich könnte ähm ich hab schon abgegeben 2 Drops ist ok ich hab 12 sollte erstmal reichen lass uns hier ein Reload mache ich sowieso nicht dann droppe ich jetzt 2 Mike ok mehr als 1 Merci Merci Oh da ist ein Supply Drop auf SW schade zu weit weg wir müssen ok wo wollen wir oh hier sind die die sind neben uns SW SW hinter uns Leute hat mich noch nicht gesehen da ist einer ne ballert ihr drauf kommt ran ich hab einen genockt ist nicht nur einer ist nicht nur einer die sind wahrscheinlich alle drin äh passen wir unten ich seh sie gerade ja unten an der Tankstelle ist noch einer 255 10 2 Headys gekriegt die haben wir die haben wir nieder gestreckt einen einer links noch der ist der letzte links 36er Hit der ist low der ist reingelaufen ich geh close Mike hat den oh Leute ich treffe ihn einfach nicht Sniper schoss auf mich von irgendwo er ist nicht instant Leute ne müssen laufen hinter mir hinter mir hinter Baum bin down scheiße da hätte ich mehr Kills haben können da hätte ich mehr Kills haben können Leute ich hab 3 wo ist der denn ich seh nicht hier bei mir direkt wo wir weiter sind wo wir weiter sind bin ich der Fug wo ist das ich hab ihn jetzt ich will nur die ich will nur die ich will nur die bleibt nicht stehen oh mein Gott ich bin überfordert lass doch nicht lauf 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 mein Gott ich hab nen Chuck dabei alter bies alles gut oh mein Gott das war schwarz oh das war schwarz oh da muss jetzt jemand dum 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 Leute kennt ihr das wenn man Fortnite dann an der Zone verreckt das ist richtig leidend wenn ihr das auch kennt haut einen Daumen nach oben danke für diese geile Runde schaut bei meinen Jungs vorbei und wir machen weiter haut rein Amen